Zur kurzen Erklärung. Ab jetzt kommen WG-Vlogs auf diesem Channel, weil wir eine super coole WG sind. Aber ich habe gerade beim Schneiden des Ersten bemerkt, dass er absolut keine Handlung hat. Weder Anfang, noch Ende, noch irgendwas zwischendrin. Deswegen habe ich entschieden, einfach irgendwelchen Scheiß zusammenzuschneiden. Und das ist das Ergebnis. Have fun! Mensch, sehe ich nice aus. Komm, lass uns rausgehen. Wir waren die Welt. Das ist ja nur so. Wunderschön. I thought you were big. I thought you were just a fan. Wow, Freunde, was geht? Wir sind gerade in der Küche und wir machen heute Pancakes. Happy 2014. Ah, Arina, kannst du nicht kochen? Fahne habe, bitte. Oh, okay. Okay. Marken schneide ich jetzt mal nicht, weil diese Mini und... Hallo, Arinas Fans. Hier sind wieder... Aki und Lubi. Die gute Arina ist Arbeiten, weil die ist fleißig und nicht so faul wie wir. Hallo, Mars. Hallo, ich guu. Wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10? Solide 2. Eda. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Das ist so richtig... Oh, Gott, was siehst du richtig ähnliche Scheiß. Aber alle schreiben, ich liebe meine Menschen. Hallo, wie das schnacht. Keiler. Es ist der andere, es ist der zehnte. Mein Wecker. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß.